Mein Name ist Michel Marscheng, ich bin Softwareentwickler und Pirat. Und das hier ist der Landtag Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Hier habe ich fast fünf Jahre für ein Update der Demokratie gekämpft. Gegen Lobbyismus und Hinterzimmerpolitik. Für Transparenz, die Veröffentlichung von Gutachten und Abstimmungsergebnissen und für echte Bürgerbeteiligung. In den nächsten fünf Jahren werden wir diese Ideen weiterführen, damit wir in Nordrhein-Westfalen tatsächlich eine bessere Demokratie hinbekommen. Untertitelung des ZDF, 2020